LOL, 6 Rikos. Wie geil. Hä? Creator Code? Jo, Jonas. Hey Leute, wir reagieren heute auf die Top 100 Besten Momente in Brawl Stars. Wie immer das Originalvideo ist in der Beschreibung verlinkt. Let's go. Wir starten rein mit dem ersten Moment und sehen hier eine Showdown-Szene. Okay. Okay, gut, das ist natürlich schon wieder... LOL! Nein! Okay, deswegen... Das ist ja krass. Normalerweise sterben die immer. Okay, wir haben Leo, der sich unsicher macht. Und sie finden ihn nicht. Okay, das ist auch ultra krass. Das ist auch... Aber irgendwie auch extrem lost von denen. Die finden ihn einfach nicht. Aber zur Real Talk an der Stelle, also komm. Die sind auch einfach nur ein bisschen lost. Also, aber ich glaube, es kennt auch jeder von euch, oder? Dass man den Leo mal nicht gefunden hat in Alle gegen einen. Ist mir auch schon passiert. Und hat man deswegen verloren. Oh, leu. Okay, der wollte mit dem Geschenk wegjumpen. Das wusste ich auch nicht, ob das geht am Anfang, aber geht er leider nicht. Oh mein Gott, noch 5 Sekunden. Gewinnt er das? Kann er noch jumpen? Oh, er hat die Wand geschossen. Nein! Ein HP. Oh mein Gott. Okay, gut, das ist echt belastend. Ich habe schon mal mit einem Prozent verloren in Alle gegen einen. Aber nicht mit einem HP. Hä? Das war übel dumm. Das war richtig dumm von ihm. Okay, der Bull ultet weg in die Mine rein. Ja, das war jetzt zu befürchten hier. Ich komme für dich! Okay, das sieht nach einem Web-Web-Web-Snap aus. Mal schauen. Ja, okay, gut, da ist er ein bisschen dumm da reingerollt. Das kann passieren. Oh, lol, der könnte es vielleicht sogar gew- Oh nein. Der ist ein bisschen anlackig gesprungen, aber dafür konnte er finde ich auch nicht so viel. Lol! Der ist in den Kopf mit springen. Wie geil. Die springen jetzt so parallel. Ah, sind jetzt wieder zusammen. Okay. Ne, der Kopf wartet auf ihn. Okay, lol. Und jetzt? Hä? Ohne Kopf. Der ist die ganze Runde jetzt ohne Kopf. Wo ist der Kopf jetzt? Oh mein Gott. Wo bleibt der Kopf? Oh, und ist der Frank rein? Und der Kopf? Was? Wie geil! Okay, der war richtig geil im Moment. Der Kopf war die ganze Runde weg einfach. Ich muss es vielleicht mal ausprobieren. Oh, krasse Bubble. Hä? Okay, das ist krass animiert. Das ist... Oh mein Gott. Ich denke, er hat irgendwie Boss-Roboter genommen und das ist Spikes drübergelegt. Lol. Wo war's das? Oh mein Gott, nein. Er wollte eigentlich in den Gadget blocken, aber der Kopf ist stehen geblieben durch den Frostangriff. Das war übel unlucky. Oh nein, der arme Mortis. Aber das kann man ja auch immer. Wenn man nicht aufpasst, dann ernt man relativ schnell in die Büsche rein. Oh lol, Mortis? Was war das? War der gestunnt, ne? Ich hab's verstanden. So, jetzt haben wir den Roboter. Oh, ist das stark von Gene. Das ist stark. Aber dafür ist Gene auch so krass, dass er halt die Roboter klauen kann. Auch an alle. Äh, in Showdown. Oh. Das müsste eigentlich die Shelly gewinnen. Oh, lol. Treiber von der Bubble getroffen worden. Oh, da oben ist ein Sprout mit Energy. Eigentlich müsste Sprout da jetzt gewinnen. Oh, es ist ja kein... Oh, geht los. Noll, als wäre er geteleportet noch. Krass. Alter, ich dachte schon, wo er hinten ist. Hä? Oh, shit. Was ist das? Hä? Was ist da passiert? Der Kopf ist direkt gestorben? Wie ist das passiert? Ach, sehr wahrscheinlich... Ne. Sie hat eigentlich nicht gekillt. Was war das gerade eben? War eigentlich nicht sinnvoll. War eigentlich der Kopf ja überleben müssen. Komisch. Oh. Jetzt sagt nicht, dass die die nicht gekillt haben. Oh, mein... Das ist nicht ernsthaft. Wie haben die die nicht gekillt? Das ist unmöglich. Oh, mein Gott. Was ist das? Wie schnell war die bitte? Lol. Das sah richtig geil aus. Aber das ist die Map ohne Cubes. Die kenne ich. Oh, Mr. P. Jetzt beginnt es auch noch zu laggen. Die Station... Die killt ihn jetzt. Pass auf. Das war die Station, ne? Ja, die macht Schaden. Das ist halt... Und euch sendet auch keinen Bock mehr. Die checkt es nicht. Nein, wie dumm aber auch. Komm, aber es ist krass, wenn wir in der Station auch Kills machen können inzwischen. Oh, okay. Der sollte eigentlich keine Chance haben. Wir können dashen. Oh, ich hab's gesagt. Oh, mein Gott. Perfekt. Gewinnt der? Komm, muss er gewinnen. Alter, krank. Wenn man's perfekt timet, ne? Das ist krass. Lol, Mortis. Das war saustark. Das war richtig stark gemacht hier von ihm. Das sind echt gute Momente bisher, muss ich wirklich sagen. Stynomike... Oh. Ja, okay. Das. Das kennt, glaube ich, jeder von uns. Wenn man als Stynomike irgendwo da als Brawler in so einen Buschcamper reinläuft. Was ist das jetzt? Okay, Harry Potter Musik. Was hat der jetzt so? Was machen die? Hä? Das ist animiert. 100%. Das geht ja nicht, oder? Ja, nein. Das ist einfach animiert. Dass er den irgendwie weggeditiert hat. Na, Magie. Glaubt ihr, das war echt? Ich glaube, das war editiert einfach. Das war 100% nicht echt. Okay, jetzt ist der Cold. Oh mein Gott. Na, das sind die Minen rein. Ah, der hat auch 13 Cubes gehabt. Das war auch schwer. Ah, lol. Das ist echt. Das ist 100% nicht echt. Das gibt's wirklich. Das hab ich aber Lukas gesehen, Mann. Das gab's auch auf TikTok. Dass man durch die Wand daschen kann mit der Lu-Ult. War so ein Bug. Lol, der ist im Poison. Wie geil. Ja, okay. Klar. Ist natürlich tot. Das hier Gefängnis-Map, die ist richtig geil gewesen. Daher mitten sind ganz viele Cubes immer gewesen. Die hat sich der Edgar nämlich geholt. Das auch. Lol, nein. Er hat den Teleporter aktiviert, dass er instant geteleportet hat. Lol, in die Penny kommt. Was? Hat die gerade aus dem Nichts rausgeschossen, der Mord hat? Lol, wie krank. Lol, der schießt von da oben, hinten. ETF. Oh mein Gott. Lol. Das ist Map-Maker wieder. Glaube ich, ja. Ach, der Boxer hat ihn rausgeworfen. aus der Shelly-Ult. Oh, das war richtig unlucky. Oh mein Gott, Junge. So, als Colette mit der Ult. Ich glaube, das ist auch echt. So, ich kann mir vorstellen, dass es echt ist. Also teilweise, ich bei manchen Sachen glaube ich irgendwann, dass sie einfach animiert sind. Oder, ja, photoshopped. Hä, Leute, was ist jetzt passiert? Was passiert? Ich Sekunde, ich hab's nicht gecheckt. Was ist passiert? Das hatten wir schon. Was ist da? Das ist der Ball. Ach so, die Sprout-Wand hat den Ball reingedrückt. Ich hab's überhaupt nicht gecheckt gerade. Ja, okay, das war... Das war eigentlich ziemlich krass, wenn man ehrlich ist, wenn Sprout gemacht. Okay, die täuschen die beiden Arten mit den Teleportern. Was machen die da? Okay, die machen uns ewig weiter. Das wird ja diese Gefängnis-Map, die ich auch schon mal gezockt. Hä, das war der Moment? Na, das fand ich nicht so gut. Lol, er trifft die nicht. Oh mein Gott. Aber wir haben ihn nicht gesehen, war ich mich. Hab ich gerade so nicht gesehen. Oh, 9000 Leben hat der Kopf gehabt. Okay, der Ball mit der Ult jetzt auf, Baby. Und... Ist der in der Bubble drin geblieben und ist da reingerollt, hat er Schaden bekommen? Lol. Okay, Sprout muss verteidigen. Der Tresor ist fast weg. WTF? Was? Das geht? Man kann mit der Wand einfach den... Das Jump-Ed verschließen. Und damit verteidigen. Das ist übelgeil. Ich wusste gar nicht, dass sowas geht. Krass. Boah, ist das für eine schlechte Qualität bei dem Clip? Wir gehen mal schauen. Dass diese Map, wo alles offen ist. Also teilweise solche, wo es echt ist. Aber ich glaube schon, dass die echt sind. Kann man ja auch schwer editieren. Oh, das Gadget aber noch. Nee. Der Kopf kommt zurück und rächt sich einfach. Egal. So, jetzt hier der Boot. Oh. Jetzt heißt es warten. Das reicht aber nicht. Aber wenn er angreift, reicht es. Boah. Das war mega stark gespielt. Das war dann richtig nice. Mal schauen. Schreibt mal wirklich in die Kommentare. Sind diese Clips... Ist das editiert oder ist das echt? Gab es wirklich solche Bugs? Das kann sein. Es gibt manchmal Bugs, die erst gefixt wurden. Aber... Also beim... Oh, lol. Der hat sich hier teleportet. Aber bei manchen denke ich mir halt wirklich, das kann nicht echt sein. Die beiden Devils ist hier. Die rasten beide aus. Der rollt rüber. Was? Da oben war noch ein anderer Devils, der auch gerollt ist. Wie random. Okay. Okay. Search. Lol. Ist das echt? Ich weiß. Es ist auf jeden Fall krass. Ich denke, ich denke, es ist echt. Oder sonst wäre es da irgendwie lost, es in die Momente reinzunehmen. Es muss ja eigentlich echt sein. Ist auch ein krasses Sherry-Old. Okay. Machen die da? Ja, okay. Perfekt. Das ist wirklich ausgestattet. Oh, die Wand kommt. Der Adgeist da. Und kriegt die Wand aufs Gesicht scheinbar. Und jetzt? Die habt ihr jetzt? Ne. Ja. Ah, der wurde in den Schuss reingedrückt. Jetzt verstehe ich es. Oh. Das war nicht so optimal. 16, 17 Cubes. Das ist immer noch so eine Sache, wenn er in der Mitte von einer angegriffen wird. Oh, nein. Okay, das war unlucky. Da ist er in den Telefon da rein gejumpt, dass er gerade aktiviert war. Was? Was? Also es scheint echt echt zu sein. Echt, echt. Also, wenn es jetzt zum zweiten Mal vorgekommen ist, mit dieser Wand, wusste ich nicht, das geht. Krass. Dass ich sie so rausschieben kann. Was ist das Problem mit dir? Hä? Das verstehe ich nicht. Oh, die Map habe ich auch gespielt. Die ist geil. Das ist so ein Kreisel. Praktisch. Hier, du musst uns außen rum gehen. Das ist ultra geil. Oh, was? Sie hat sie einfach so absgenommen. Wie geil. Der war richtig geil, der Moment. Die Colette... Die kommen da nicht ran, ne? Weil die müssen ganz außen rum jetzt wieder laufen, um da ranzukommen. Also, die haben safe gewonnen gehabt. Krieg den Play. Oh, der Kopf verschwindet. Und... Er kommt halt echt zurück. Das ist so geil. Das ist so eine Map, wo so Kästen vorhanden sind. Oh, okay. Er ist noch ran gekommen. Der Colt kommt nach. Der Tick hat aber einen Plan, Schemalol. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Oh, mein Gott. Okay, das ist geschickt. Geht das noch? Oh, Junge. Okay, das war richtig gut gemacht. Oh, in den... Er hat den Teleport noch aktiviert. Oh, in den Cubes. No way. Oh, mein Gott. Wie an, Lucky. Aber er hat es eigentlich noch gewinnen können, der Gene fast. Das war krass. War eigentlich eine gute Idee gewesen, mit dem Teleport. Dass er noch so viele Cubes zu sagen, ist weird. Was? WTF? Was ist das für Momente teilweise? Das mit der Achse ist auch echt, das weiß ich. Oh, Leute, hat er aufgemacht? Oh nein, der Jump ist beide ins Loch rein, ne? Ja. Aber... Tick. Eigentlich könnte sich Nani raus teleporten, ne? So, es hat eigentlich die Gs. Oh nein, es ist ein HP. Schieß. Oh, es war so klar. Es war so klar, dass wir mit einem HP verlieren. Lol, sechs Rikos. Wie geil. Wie geil sieht das denn aus? Ey, schau mal, ich muss mich ganz kurz gerade nochmal anschauen. Sorry. Wie geil sah das bitte aus? Boah, diese Bälle. Das war richtig geil. Das war richtig satisfying zu schauen. Oh, der Ape ist zu langsam für die Jump ist, ne? Oder? Doch nicht? Doch. Der Arme. Was ist das für ein Web überhaupt? Ah, ich kann den bitte. Nee, er ist zu langsam. Ja, Junge, das ist schon hart. Aber wieso ist er teilweise durchgekommen und teilweise nicht? Macht irgendwie keinen Sinn. Hä? Der Arme, der kann sich den aufgeben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, kannst du gerne ein Abo da lassen oder auch bei meinem E-Sports-Team vorbeischauen. Dort kommen tägliche Brawl Stars Clips. Hier sind noch zwei weitere Video-Vorschläge. Schau gerne vorbei und schau.